Yvonne Kelly aus Schottlands. Miss Schottland 97. Rang 3 belegte sie bei den Europameisterschaften die Woche zuvor. Die feminine Ausstrahlung hatte ich angesprochen und da liegt es natürlich in der Hand einer jeden Athleten die Choreografie so zu wählen, dass man viel Weiblichkeit rüberbringen kann von der Bühne zum Publikum. Ja, ja, ja! Untertitelung des ZDF, 2020